Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Amen. Wenn jemand was geschafft hat, dann kann er manchmal auch zu Recht stolz sein. Wenn man ein großes Werk vollbracht hat, ein Haus fertig gebaut hat oder ein Projekt geschafft hat. Bei mir war es so, meine Doktorarbeit über Jahre, Jahrzehnte wollte ich fast sagen, dran geschrieben. Und also nur das Korrekturexemplar. Als ich das schon in der Hand hatte, da war ich natürlich ein bisschen stolz. Neben Dankbarkeit und anderen Gefühlen. Aber Stolz ist natürlich ein gefährliches Gefühl. Es kann auch eben täuschen. Da kommt neulich ein Fußballspieler nach Hause und sagt, Schatz, ich habe zwei Tore geschossen. Oh toll. Und wie ist das Fußballspiel ausgegangen? Eins zu eins. Stolz ist zur Zeit vom Propheten Jeremia auch weit verbreitet. Entstand ist Stolz. Dass jeder, der was kann, ist stolz darauf, was er kann. Das ist ja auch irgendwo verständlich. Israel gibt es damals nicht mehr. Es gibt nur noch das Königreich Judah in den Bergen um Jerusalem drumherum. Und es steht aber gar nicht schlecht da für seine Größe. Das wäre so, wie wenn Sachsen unabhängig wäre. Würden wir uns auch was drauf einbilden. Da gibt es etliche Gelehrte in Jerusalem am Tempel. Die studieren die Weisheit Salomos. Die sammeln auch andere Schriften aus anderen Völkern. Da werden Schriften kopiert. Es gibt regelrecht einen kleinen Wissenschaftsbetrieb. Und die sind natürlich stolz darauf, was sie leisten. Und in welcher großen Tradition sie stehen. Der König Salomo ist zwar schon 400 Jahre her. Aber das kleine Jerusalem ist richtiger Wissenschaftsknotenpunkt. Und es gibt auch viele Reiche in Judah. Wie gesagt, eigentlich unbedeutendes Bergnest. Aber gut gelegen zwischen Ägypten und dem Babylonischen Reich im Osten. Da führen etliche Handelsstraßen vorbei. Und wer handelt, wird reich, wenn er sich nicht ganz dumm anstellt. Und die Händler, die zeigen ihren Reichtum in tollen Häusern, schönen Gewändern. Und manchmal spenden sie auch was für Arme oder dem Tempel. Sie sind stolz auf das Geleistete. Judah hat natürlich keine große Armee. Deutschland auch nicht. Aber auch kleine Staaten, wie zum Beispiel Tschechien oder so, können einzelne Truppen haben, die sehr, sehr gut sind. Zum Beispiel die ABC-Abwehrkräfte von Tschechien sind in der NATO ziemlich weit vorne. Und die werden dann immer gerufen. Das ist ja der Sinn eines Bündnisses, wenn das gebraucht wird und so. Und so ähnlich ist es bei Judah. Wie gesagt, keine sehr große Armee, vielleicht ein paar tausend Mann. Aber sie schaffen es zum Beispiel Jerusalem, haben sie 150 Jahre vorher geschafft, gegen das assyrische Heer zu halten. Da braucht man Spezialtruppen, die wissen, wie man Mauern befestigt, Schwachstellen erkennt, da die Truppen lagert. Und diese Soldaten, die sind natürlich stolz. Vor allem die Offiziere, Familien, die das Volk verteidigen. Aber das Land, so gut wie es da steht, steht vor einer ganz, ganz großen Krise. Und der Prophet Jeremiah hat die unangenehme Aufgabe im Namen Gottes, dem Volk die Sünden vorzuhalten und anzukündigen, was aufgrund dieser Verfehlungen passieren wird. Da lese ich mal aus dem 9. Kapitel ein paar Verse vor. Da schreibt Jeremiah, Ach, dass ich eine Herberge hätte in der Wüste, so wollte ich mein Volk verlassen und von ihnen ziehen, also im Namen Gottes. Denn es sind lauter Ehebrecher und ein treuloser Haufe. Sie schießen mit ihren Zungen lauter Lüge und keine Wahrheit und treiben es mit Gewalt im Lande und gehen von einer Bosheit zur anderen. Mich aber achten sie nicht, spricht der Herr. Ein jeder hüte sich vor seinem Freunde und traue auch seinem Bruder nicht. Denn ein Bruder überlistet den anderen und ein Freund verleumdet den anderen. Ein Freund täuscht den anderen, sie reden kein wahres Wort. Sie haben sich daran gewöhnt, dass einer den anderen betrügt. Sie freveln und es ist ihnen leid, umzukehren. Es ist allen Zeilen nichts als Trug unter ihnen und vor lauter Trug wollen sie mich nicht kennen, spricht der Herr. Die Wahrhaftigkeit unter dem Volk, Vertragstreue, Treue in der Ehe, das scheint selten geworden zu sein. In dem Jerusalem, im kleinen Staat Judah, um das Jahr 600 vor Christus herum. Das ist grob gesagt das, was die zehn Gebote auf der zweiten Tafel zusammenfassen, an Geboten. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Ganz einfache Dinge, die die Gesellschaft braucht, um zusammenzuhalten. Aber es hat einen tieferen Sinn, der wendet sich gegen die erste Tafel, da wo das Verhältnis der Menschen zu Gott steht. Und da ist ganz klar, dass Judah mit dem Zeitgeist geht Und der Prophet Jeremiah schreibt im Namen Gottes Und der Herr sprach, weil sie mein Gesetz verlassen, dass ich ihnen vorgelegt habe und meinen Worten nicht gehorchen und auch nicht danach leben, sondern folgen ihrem verstockten Herzen und den Bealen, das sind Götter aus der Umgebung, wie ihre Väter sie gelehrt haben. Darum spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, siehe, ich will dies Volk mit Wermut speisen und mit Gift tränken. Und das Unglaubliche, was Gott hier ankündigt, durch den Propheten Jeremiah, ich will Jerusalem zu Steinhaufen und zur Wohnung der Schakale machen und will Städte Judas zur Wüste machen, dass niemand darin wohnen soll. Jerusalem, die Stadt, die auf König David zurückgeht, also noch viel älter ist, aber unter König David die Hauptstadt der Israeliten wurde und dann auch den Tempel bekommen hat unter Salome und sie, soll vernichtet werden. Das sagt Jeremiah. Das ist unglaublich. Wer Jerusalem heute kennt, weiß, wie gut man das verteidigen konnte. Früher große Mauern mitten im Gebirge gelegen, eigentlich auch zu klein, um große Armeen anzuziehen. Und er kündigt sowas an. Ist sowas realistisch? Würden wir sowas glauben, wenn das heute jemand ankündigt? Hätte es vielleicht jemand geglaubt, wenn 1939 ein Theologe gesagt hätte, Achtung, wenn wir Hitler hinterher rennen, dann werden unsere Städte in Schutt und Asche liegen? Heute vor 77 Jahren ist das ja passiert, dass Dresden sehr stark bombardiert wurde. Und viele gibt es noch, die das erzählen können, die diese Feuersbrunst erlebt haben. Wo stehen wir denn heute? Wir leben trotz Corona-Krise in Frieden und Wohlstand, wie es in der ganzen Geschichte kaum bekannt ist. Und ich merke auch selber, dass ich das als ziemlich selbstverständlich nehme. Wir merken jetzt, wenn die Preise ein bisschen ansteigen und bei manchen knapp wird im Portemonnaie, wie groß die Klagen werden. Aber dass es zum Beispiel möglich ist gerade, dass wir kurz vor einem Weltkrieg stehen, das verdrängen wir, ich auch, im Alltag. Jetzt wird es uns gerade mal bewusst, wenn wir Nachrichten hören. Die Amerikaner gehen davon aus, dass nächsten Mittwoch Russland in der Ukraine einmarschieren wird. Deutsche Truppen, die befehligen eine Battlegroup in Litauen. In allen osteuropäischen Ländern, die zur NATO gehören, sind amerikanische und auch andere verbündete Truppen. Was passiert denn, wenn zufällig eine Rakete ins falsche Land fliegt oder ein Geschütz der NATO nach Kaliningrad aus Versehen schießt? Möglich ist es, dann wäre die Corona-Krise nur ein leises Anklopfen Gottes, was keiner hören will. Judah, der steht damals in dieser Situation. Wohlstand und Kraft ist da und die Katastrophe ist vor der Tür. Und keiner will es wahrhaben. Und da mitten hinein ergeht eine Warnung Gottes an die Eliten und an das Volk von Judah. Da heißt es auch im Kapitel 9, Abvers 22 bei Jeremia, So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Ich möchte mich auf drei Punkte beschränken aus diesem Text. Du sollst dir, erstens, du sollst dir nichts auf deine Klugheit einbilden. Zweitens, sondern Gott kennen. Drittens, denn er übt Recht und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Du sollst dir nichts auf deine Klugheit einbilden. Akademiker haben ja durch ihr Studium hoffentlich viele Bücher gelesen, viel Wissen angeeignet. Und dann sagt man ihnen nach, dass sie schon schnell stolz darauf sind. Und das kann auch wohl passieren. Ob das Wissen allerdings auch praktisch was wert ist, das ist wiederum eine ganz andere Sache. Da gibt es so eine Frage, wie viele Physiker braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Antwort, einen, aber 400 bewerben sich. Oder in meiner Zeit wollten viele Soziologie studieren, das war mal so die Gesellschaft erforscht. Aber es gab gar nicht so viele Arbeitsplätze. Und da war die Frage, was sagt ein Soziologe, der arbeitslos ist, zu einem Soziologen, der Arbeit hat? Einmal Pommes mit Ketchup, bitte. Es ist doch auch so, dass jedes Handwerk seinen Stolz hat. Und zu Recht, weil jeder ist Experte in dem Gebiet, was er kann. Jede Profession und jeder braucht einen anderen. Weisheit, das ist jetzt die Fähigkeit, das Fachwissen und das lebenspraktische Wissen gut einzusetzen, dass man mit dem Leben fertig wird. Es gibt Experten, die wissen einige Sachen, aber die kommen sonst kaum zurecht. Die wissen nicht, wann man aufstehen soll und müssen da geführt werden. Weisheit ist eben, dass ich mit dem Leben zurechtkomme und das Wissen auch gut einsetzen kann. Und da kann man natürlich, wenn man so ein Macher ist, schnell stolz darauf sein. Und da liegt aber die Gefahr darin, dass ich andere verachte, denke, die können es nicht, ich bin ganz toll, aber auch vor allem, dass ich gegenüber Gott nicht dankbar bin. Dass ich meine, ich selber bin der, der alles schafft und kann und ich erkenne, wo Gott mir doch alles geschaffen hat. Bist du dankbar, dass wir in so einem großen Wohlstand leben, wo jeder sich eine warme Wohnung leisten kann, auch wenn es vielleicht jetzt knapper wird, wo die Supermärkte voller Essen sind, wo wir eher das Problem haben auszuwählen. Nicht, wo es so DDR-Zeiten war, wo man gekauft hat, was es gab. Nehmen wir das als selbstverständlich oder meckern wir rum, wenn mal ein Regal jetzt leer ist, weil es Lieberschwierigkeiten gibt. Beklage ich mich dann bei Gott? Gott warnt uns ein Weiser, rühme sich nicht seiner Weisheit. Zweitens, sondern du sollst Gott kennen. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin. Unsere Welt steht am Abgrund. Damals in Israel, wie auch heute, kann Frieden und Wohlstand schnell vorüber sein. Ich hoffe, dass das nicht so ist. Aber möglich ist es. Und das, was auch nach der Krise hält, ist Gott kennen. Gott erkennen. Das meint eben nicht nur, dass ich in Lexikonartikeln oder bei Wikipedia im Internet gelesen habe, was Gott steht und vielleicht noch den Eintrag Christentum, wie ist die christliche Vorstellung von Gott. Sondern das biblische Kennen und Erkennen, das hat mindestens drei Ebenen. Die erste ist natürlich, dass die Informationen stimmen über Gott. Und da geht es nicht darum, dass wir uns Bilder von Gott machen, wie wir gerne Gott sehen würden. Oder viele sagen, das kann ich mir nicht vorstellen von Gott. Ja, das mag ja alles sein, persönliche Vorstellung. Aber es geht ja darum, stimmt das, was wir von Gott glauben, mit der Wirklichkeit überein? Und da bin ich überzeugt, dass die Heilige Schrift, die Bibel, die zuverlässige Information über das Wesen von Gott hat. Da steht nicht immer drin, was ich gerne hören will. Das ist ein unbequemes Bild. Aber eins, was zu dieser Welt viel besser passt, als meine Vorstellungen vom lieben Gott allein. Wer die Bibel liest, der weiß, dass Gott Liebe ist. Aber dass es eben auch nicht einfach nur diesen lieben Gott gibt, sondern dass der Zorn Gottes auch eine Realität ist. Und dass auch er an der Geschichte waltet, auch wenn uns das verborgen ist und schwer. Deswegen, wenn du Gott kennen willst, lies die Bibel. Versuch mal mit den Evangelien anzufangen, die mal zu lesen im Stück. Nicht nur Romane lesen, die vier Evangelien und die Psalmen, das ist weniger als ein Roman. Aber da steckt so viel drin. Hier kannst du Gott kennenlernen. Und das Zweite ist, Gott erkennen geht aber noch tiefer. Er will eine lebendige Beziehung zu dir, dass du nicht nur weißt, dass du ihn auch anerkennst. Wie drückt sich das aus, nicht nur zu wissen, ja, da gibt es einen Gott, sondern auch sagen, ja, das ist mein Gott. Und da ist der erste Punkt, ist das Gebet. Und dass du mit ihm sprichst, dass du ihn anrufst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Glaubensentwicklung, wenn Menschen anfangen, Gott die Ehre zu geben, indem sie ihm bitten, indem sie sich bei ihm bedanken. Das ist auch mir auf der Konfiruszeit auch immer wichtig, wenn Konfis da anfangen, auch wirklich zu beten, diesen Schritt zu gehen. Und das Dritte, die dritte Dimension ist eben, Gott anerkennen, nicht nur im Kopf, sondern auch in den praktischen Handlungen. Stellt euch einen Ehemann vor, der kennt seine Frau sehr gut, der könnte ein Buch über sie schreiben, ihre Vorlieben und wann sie aufsteht und alles, ihren Tagesablauf. Er redet auch mit ihr, aber an seinem Verhalten merkt man gar nicht, dass er verheiratet ist. Das wäre kein guter Ehemann. Und so soll sich deine Gottesbeziehung auch auf dein Leben auswirken. Spüren andere Menschen ab, dass du ein gläubiger Mensch bist? Oder könnte man zu deiner Beerdigung sagen, Oh, dass er Christ war, hätte ich nicht gedacht. Und drittens, du sollst den Gott kennen, der Recht und Barmherzigkeit auf Erden übt. Das ist eine große Herausforderung, gerade angesichts der Politik und der schlimmen Dinge, die passieren. Und das mutet uns die Heilige Schrift zu. Jeremiah kündigt an, Jerusalem wird zerstört werden. Und ihr sollt an den Gott glauben, der das zulässt, der das sogar macht. Das ist ein Glaubenssatz, der uns einiges abverlangt, wo wir schlucken. Ich habe gestern eine Andacht gelesen, wo ein Kirchenmann, ehemaliger Generalsuberantent, sagt, also das Kapitel in der Bibel, das kann ich nicht glauben. Aber ich finde, gerade im Angesicht der schlimmen Geschichte merkt man, dass Gott wirklich über der Geschichte thront. Jerusalem wird völlig zerstört, die Oberschicht verschleppt. Das sagt Gott durch den Propheten. Aber er sagt, ich bin ein Gott, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt. Und das muss Gott eben zusammenbringen. Es ist ja ein Riesenunterschied zwischen Recht, Gerechtigkeit auf der einen Seite und Barmherzigkeit auf der anderen Seite. Das weiß jeder, der ein Kind erziehen will oder eine Klasse leitet, zu sagen, Regeln, die klar gelten und durchziehen, auch mit den negativen Konsequenzen. Und da, wo man sagt, nein, ich erlasse die negative Konsequenz, da bin ich barmherzig. Gerecht wäre es doch, wenn unsere westliche Welt eine Katastrophe erleben würde. Ist ja nicht so, dass wir nur Positives in der Welt bewirkt haben für andere Länder. Nicht gerecht ist es, wenn wir weiter Frieden und Wohlstand genießen, obwohl sich immer mehr Menschen von Gott abwenden und sich bewusst absetzen. Das sieht man auch, wie die Presse gegen Kirche und Christentum verfährt und am allgemeinen Gefühl. Aber Gott ist auch ein barmherziger Gott. Und deswegen wollen wir wenigen, die wir uns heute Morgen versammelt haben, uns vor ihm beugen und um seine Gnade bitten, auch angesichts der Gefahr, vor der Europa steht. Wir wollen beten und das ist die Verheißung, dass wenige, die zu Gott beten, sein Herz bewegen können, weil er eben nicht nur im Prinzip im Himmel ist, sondern eine lebendige Person, ein liebender Vater. Deshalb lasst uns nicht klein denken von Gott und seiner Barmherzigkeit und auch nicht von unserem Gebet, sondern diesen Gott kennen. Das ist ein riesiges Geschenk, egal, ob das Wetter schön ist oder die Krise groß. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Vielen Dank.